Hallo und herzlich willkommen zum MMO Zone Guild Wars 2 Wochenrückblick und wir präsentieren euch hier wie gewohnt die wichtigsten News und Themen der letzten Woche kurz und kompakt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Den Anfang macht diese Woche die Flammenzitadelle. Dort gab es zwar keine neuen Inhalte, aber einen neuen Weltrekord und zwar schaffte es eine Gilde, den Weg 1 der Flammenzitadelle in insgesamt 5 Minuten und 13 Sekunden zu bewältigen. Wir gratulieren natürlich an dieser Stelle dazu und finden, dass es auf jeden Fall sehr schwer wird, diese perfekte Zeit schon fast zu unterbieten. Geschafft hat man das Ganze übrigens mit einem Krieger, zwei Diebe, einem Elementarmagier und einem Mesmer. In der nächsten Woche, am Dienstag, gibt es ein neues Update von ArenaNet und zwar ein kleines Story-Update. Die lebendige Geschichte ist jetzt erstmal vorbei, zwar allerdings möchte man das Ganze noch rühmlich bänden, denn wir haben ja jetzt in den letzten beiden Wochen gegen Scarlet gekämpft und sie schlussendlich auch besiegt und Löwenstein zurückerobert. ArenaNet möchte das Ganze gebührend abschließen und gibt uns deswegen nochmal ein wenig Story. Ob es noch weitere Inhalte geben wird, das ist wohl wahrscheinlich erstmal unwahrscheinlich, denn, ja, wie gesagt, die Staffel ist abgeschlossen, aber es gibt bereits Hoffnung, denn es wurde schon angekündigt, dass die zweite Staffel schon gut durchgeplant ist und diese noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Des Weiteren ist in dieser Woche die Guild Wars 2 Beta in China gestartet und anders als von ArenaNet angekündigt, gibt es dort doch ein VIP-Paket im Gem Store. Und zwar gibt es dort einige Inhalte, die sehr interessant sind, zum Beispiel kann man dort durch dieses VIP-Paket weitere Bankplätze erstehen, Prestige und Glory oder extra Skill-Punkte. Bei uns läuft das Ganze ja ein bisschen anders ab. Es bleibt abzuwarten, ob solch ein VIP-Paket auch bei uns in naher Zeit Einzug hält. Ein großes Thema diese Woche war auch die mögliche Erweiterung im Jahr 2015. Dazu gibt es einige Anhaltspunkte, die wir auf unserer Seite zusammengefasst haben. Dafür sprechen beispielsweise der Start der Beta jetzt in China, aber auch der Abschluss der ersten Staffel der lebendigen Welt und der Start der zweiten Staffel noch in diesem Jahr. Alles weitere, wie gesagt, auf unserer Seite. Schaut mal rein und beteiligt euch an der Diskussion. Würde uns sehr freuen. Zu guter Letzt haben wir in der Woche noch ein kleines Review zum letzten Update, die Schlacht um Löwenstein erstellt, in der wir subjektiv unsere Meinung zum Update abgegeben haben. Es gab einiges zu erleben und es war das große Finale der ersten Staffel der lebendigen Geschichte und wir haben dort nochmal ein wenig das ganze Revue passieren lassen und das Ganze verglichen mit vorherigen Updates und kommen zum Entschluss, dass das Update eigentlich sehr gut war. Allerdings für ein großes Finale hat doch einiges gefehlt unserer Meinung nach. Wie gesagt, klinkt euch in die Diskussion mit ein auf unserer Seite auch wieder. Der Link ist unten in der Videobeschreibung oder auf dem Artikel zum Guild Wars 2 Wochen Rückblick. Das war es schon wieder mit dem Guild Wars 2 Wochen Rückblick in dieser Woche. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr seid voll informiert für die kommende Woche. Ich bin jetzt hier raus. Euer Kabasch. Ich bin jetzt hier raus.